Der Jedi hat Beweise gefunden, dass die Vos vor langer Zeit gegen die Sith gekämpft haben. Jetzt wird niemand mehr davon erfahren. Die Sith waren schon einmal hier? Unsere Archäologen waren wohl nachlässig. Das wird Konsequenzen haben. Ihr habt dem Imperium gut gedient. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass ihr damit nicht in Verbindung gebracht werden könnt. Was passiert jetzt, nachdem Kelln aus dem Weg geräumt ist? Meister Kelln war der Einzige, der dumm genug war, sich mit uns anzulegen. Von nun an dürften wir Fortschritte machen. Ihr könnt stolz sein. Ihr habt alle Erfolgshoffnungen der Republik zerstört. So schnell wird sie sich nicht davon erholen. Ich überbringe eine Nachricht. Abgesandter! Ich hatte euch nicht erwartet. Tretet ein! Ein Mystiker hatte eine Vision, die Fremde betrifft. Jemand, der kam und Stille suchte, soll die Gormax von den Sternen fernhalten und den Vos neue Weisheit bringen. Was für eine Weisheit. Und was hat das mit den Sternen zu bedeuten? Nur Deuter können Visionen auslegen. Ich kann nur das wiedergeben, was mir gesagt wurde. Ein Glück, dass ihr hierher gekommen seid, Abgesandter. Ich denke, es handelt sich dabei um meinen Partner hier. Dann muss ich den Drei-Bericht erstatten. Es gibt viel zu tun. Das ist noch besser, als ich erwartet hätte. Diese leichtgläubigen Trottel folgen ihren Mystikern bedingungslos. Wir können uns ihre Naivität zunutze machen. Erfüllt diese Vision und sie werden sich mit dem Imperium verbünden. Wo soll ich anfangen, mein Lord? Mach deine Pilgerreise zum Schrein der Heilung. Die Narren verehren diesen Ort. Alle fremden Pilger brauchen Fadid Kis Erlaubnis, um ihn betreten zu dürfen. Sucht ihn auf und lasst euch seine Zustimmung geben. Fremdling, ihr seid geschickt im Kampf. Wir sind verzweifelt. Ich bin Fadid Kis. Ich führe Pilger zum Schrein der Heilung. Pilger können diesen Ort nicht länger erreichen. Die Gormax töten alle, die es versuchen. Was ist der Schrein der Heilung? Der Schrein ist für die Mystiker. Viele kommen und suchen Heilung und Führung. Nicht mehr. Die Gormax haben mächtige Kanonen gebaut, die ein Fluggefährt in die Luft zerstören können. Fähren aus Voska stutzen ab. Pilger sterben. Das freut die Gormax. Das klingt, als wäre Hilfe vonnöten. Ein Fremdling ist unsere letzte Möglichkeit. Die Gormax haben ein verlassenes Ausbildungslager besetzt. Dort befinden sich die Kanonen. Drängt in das Lager ein. Zerstört die Gorma-Kanonen. Dann habt ihr unseren Respekt. Das sollte sich lieber für mich lohnen. Es sterben Vos. Der Schrein ist heilig. Ihr dürft nicht scheitern. Ihr seid ein Sith. Ihr habt Macht. Die Gormax greifen die Pilger an. Die Kommandosoldaten verteidigen sie. Aber es genügt nicht. Das Imperium sagt, Aggression bringt den Sieg. Das müssen wir noch lernen. Das wäre dann besiegelt. Wenn die Gormax tot sind, meldet euch bei Commander W-Lan Rass beim Schrein. Mein Sith-Lord, einen Moment bitte. Normalerweise wäre ich niemals so anmaßend, aber wir stecken in Schwierigkeiten. Sergeant Darst, Imperialer Bergungsdienst. Wir haben verstörende Hinweise auf eine alte Verbindung zwischen den Jedi und den Vos gefunden. In Vos-Ruinen wurden Jedi-Bildnisse, Statuen um genau zu sein, entdeckt. Wenn sie echt sind, könnten sie dafür sorgen, dass sich die Vos auf die Seite der Republik schlagen. Gibt es einen Grund für diese Behauptung? Ganz einfach. Mit dem Nachweis einer früheren Allianz sind die Argumente für ein neues Bündnis um einiges überzeugender. Würden wir die Echtheit der Statuen feststellen, könnten wir herausfinden, wie wir am besten mit der Situation und den Vos umgehen. Leider haben die hiesigen Einheimischen das Gebiet überrannt. Ich glaube, sie nennen sich Gormax, scheußliche, primitive Kreaturen. Was soll ich tun? Wenn ihr euch einen Weg durch die Gormax bahnt, könnt ihr die Statuen selbst untersuchen und uns alles berichten. Wenn die Statuen Fälschungen sind, wird das an die Öffentlichkeit gelangen. Wenn sie echt sind, werden wir alles Notwendige tun, um das Imperium zu schützen. Das klingt nach einer lohnenden Sache. Einige unserer Scouts konnten uns Koordinaten der Ruinen schicken. Im Inneren werdet ihr die Statuen finden. Die Gormax werden es euch nicht leicht machen, aber untersucht sie, so gut ihr könnt. Ich warte hier. Viel Glück. Einer eurer Kommandosoldaten hat mich gebeten, die hinterhältigen Gormax aufzuspüren und euch Bericht zu erstatten, sobald sie alle tot sind. Die Geschichte der Vos muss faszinierend sein. Ich würde gerne mehr darüber erfahren. Natürlich. Ich würde euch gerne unterrichten. Dort draußen sind Schriften, Erinnerungen. Die Mystiker sprechen. Lernt, studiert. Kehrt um, dann mag euer Pfad leichter sein. Das wäre dann besiegelt. Habt einen offenen Geist. Vielleicht lernt ihr sogar. Das wäre dann immer besser. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich verspreche, euch freizulassen, wenn ihr mich das Geistheilungsritual lehrt. So soll es sein. Das Ritual ist nicht einfach. Im dunklen Herz der Albtraumlande gibt es einen Traumstein. Er verwandelt Albträume in Fleisch und Blut. Was ist das dunkle Herz und die Albtraumlande und der Traumstein? Die Albtraumlande sind korrumpiert. Das dunkle Herz ist der dunkelste Ort, wo sich der Traumstein befindet. Der Traumstein ist der Traumstein. Er ist einzigartig. Die Albträume sind die Krankheit. Besiegt er die Albträume, besiegt er die Krankheit. Ein Gormak muss gehen. Ein Gormak muss den Traumstein nutzen. Ihr meint diese bösartigen Kriegerwesen, die mich ständig angreifen? Der Gormak speist den Stein. Der Stein verwandelt die Albträume. Der Boss tötet die Albträume. Der Stein heilt den Boss. Die Gormaks wandern in ihren Träumen. Das ist verboten. Und doch die Wahrheit. Wo finde ich einen traumwandelnden Gormak? Schwierig. Die Gormaks sind keine Boss. Die Gormaks sollten nicht traumwandeln. Findet den Gormak. Benutzt den Stein. Besiegt die Albträume. Heilt den Boss. Lasst mich frei! Danke für eure Hilfe. Nicht freiwillig. Mein Zithlord, die Boss wollen mich zwingen, den Planeten zu verlassen. Ihre Kommandos zerstören meine Forschung. Nur weil ich euch geholfen habe. Ich will nicht mehr Ärger als notwendig verursachen. Versucht sie zu besänftigen, bis ich ankomme. Danke, mein Zithlord. Das sind 20 Jahre meines Lebens. Hände weg! Das sind 20 Jahre meines Lebens. Und wünscht mir dann eine sichere Reise. Ihr habt keine Machtbasis auf Boss. Überlacht das nur mir. Das war's. Was habt ihr getan? Ihr könnt nicht einfach einen Vos töten. Habt ihr eine Ahnung, wie viel Mühe es das Imperium gekostet hat, dass uns dieses Volk freundlich gesonnen ist? Wir müssen hier aufräumen, bevor jemand nach ihnen sucht. Und ihr solltet hoffen, dass niemand gesehen hat, wie sie hergekommen sind. Zündet sie an. Es ist besser, wenn niemand irgendwelche Beweise findet. Wie ihr wünscht, mein Lord. Hoffen wir nur, dass niemand kommt, um Fragen zu stellen. Ich studiere die Vos seit 20 Jahren und ich denke, ich habe das eine oder andere verstanden. Ich verstehe die Albtraum-Lande. Aber ihr müsst einen traumwandelnden Gormak finden und einen Traumstein aktivieren, um Albträume zu bekämpfen? Es ist egal, ob ihr es versteht. Könnt ihr mir helfen? Hört zu, es tut mir leid. Ich begreife das einfach nicht. Ein traumwandelnder Gormak, der Albträume bekämpft? Was wäre das? Ein Gormak, der die Macht nutzen kann? Ich weiß nicht, was ihr vorhabt. Geschweige denn, wo ich einen finde, der das kann. Nach meinem Verständnis ist Traumwandeln ein Machtritual. Hilft das? Nicht viel. Eines kann ich euch sagen. Die Gormaks hassen die Vos und sie benutzen die Macht auf keinen Fall. Sie nennen die Vos-Mystiker Albträume. Das, was der Rolle der Mystiker am nächsten kommt, sind ihre Schamanen. Ende des Kapitels, Ende der Geschichte. Diese Schamanen haben keine besonderen Fähigkeiten oder seltsamen Praktiken? Keine von denen ich wüsste. Nein, Moment. Es gibt eine mysteriöse Gormak-Legende von einem Schamanen, der im Schlaf fremde Orte besucht hat. Es ist vielleicht weit hergeholt, aber tief im Gormak-Gebiet gibt es einen Versammlungsstein. Wenn ihr in der Nähe Traum wandelt, findet ihr vielleicht noch einen Wandler. Es tut mir leid, dass ich euch nicht mehr helfen kann, mein Sith Lord. Nichts für ungut, aber diese ganze Machtgeschichte ist total verrückt. Mein Sith Lord, wisst ihr noch, was ich euch von meinem Mentor Auxilio Gunn erzählt habe? Er nahm mich unter seine Fittiche, nachdem ich den Zahn des gezähmten Rancors entdeckt hatte. Ich polierte den Zahn und legte ihn zu meinen anderen Sachen. Da entdeckte ich ein Medaillon, das er mir bei unserem letzten Treffen gegeben hatte. Ich beschloss, ihn zu kontaktieren, aber er war über keine seiner alten Frequenzen zu erreichen. Wann habt ihr ihn zum letzten Mal gesprochen? Das war, bevor ich nach Hof ging. Wir trafen uns in einer Kantine auf Nar Shaddaa und unterhielten uns etwas über Archäologie. Er meinte, er sei auf dem Weg nach Malakur III und dort gab er mir auch das Medaillon. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Was war das für ein Medaillon? Ach, nur so ein Imitat. Er sagte, dass es ihm irgendein Hutte als echt andrehen wollte. Ziemlich mutig eigentlich. Ich dachte, er hätte nur einen über den Durst getrunken. Das tat er öfters. Wenn ich euch bei der Suche helfen soll, tue ich das. Ja, danke. Es ist sicher alles in Ordnung. Einen Mann vom Imperialen Bergungsdienst hält nichts so leicht auf. Ich werde Augen und Ohren offen halten. Wenn ich etwas erfahre, lasse ich es euch wissen.